Ein herzliches Hallo aus dem Friendship Gulag von Hyperion! Hallo! Hallo! Robert ist noch im Pre-Sequel-Modus! Robert ist noch im Will-Hell-Mode! Willi! Schau mal hin und ich hab ja fast nur ausgerüstete Waffen dabei! Ist ja erstaunlich! Das heißt, ich muss gar nicht verkaufen! Das ist natürlich ausgezeichnet! Soooo! Ich meine, soooo! Das Lustige ist, wenn man so tief redet, guckt man auch gleichzeitig ernst dabei! Achso, ich grenze da immer total komisch! Tatsächlich! Total grenzdebil! Kann ich überhaupt nicht vorstellen! Müssen wir mal mit Facecam machen! Achso, ja! Also, ich will ja jetzt nicht diskretisieren, dass das alles gerade etwas schwul klingt, aber... Ja, aber, was? Schwul? Schwul? Ja! Selbst wenn, ist doch nicht schlimm, oder? Nee! Hast du was gegen Schwule? Reicht mal! Ja, sollen wir dir auch nochmal die Pegida aufm Hals setzen? Warum hassen die Schwule? Nee, ich weiß es nicht! Pegida ist einfach der Pegida! So nach dem Motto, wen hassen die nicht, ne? Hey, Lügenpresse! Ah! Hilfe! Also, lauter! Nicht Lügenpresse! Wissen du! Wobei doch, Hilfe, Lügenpresse! Nee, ich komm schon klar! Ich krieg sogar noch einen Wettes-Rang dafür! Fall um! Du lauter! Fall um! Du lauter! Was hab ich denn für ne N geile Waffe gerade! Das muss ich ja an der Stelle mal anmerken! Das ist ja, äh, äh, äh... Alter! Geht's halt, Matze! Ich bin mittelbegeistert! Ich bin mittelbegeistert! Mittel ist aber ganz schön wenig! Ja, ich musste noch einen Langzeittest unterziehen, aber so die ersten Eindrücke waren durchaus positiv! Das ist besser, als wenn ich jetzt sage, entübel geil! Und dann, äh, nach... nach... einer halben Folge sage, hm, naja... So ein Praxistest ist ja doch nicht so geil! Okay! Waffentippen geil! Genau! Ah, die ist sogar effektiver gegen die... Ja, das ist richtig! Das kann man zwar manchmal auch lassen, aber ich find's gut, dass du's trotzdem machst! Die ist sogar effektiver gegen die Loader als meine Säuresniper! Kommst du klar, oder? Sag mal helfen! Ich brauche Hilfe, weil hier keine Gegner sind! Na, Robert kommt! Sag das doch! Weniger sterben, mehr Fresse halten! Hä? Sag das doch! Mehr Fresse halten! Hör, ne? Robert, du müsstest an deiner Logik arbeiten! Sag das doch! Weniger sterben, mehr Fresse halten! Ja, ja, eben! Deswegen musst du ja an deiner Logik arbeiten! Ich hab den unwichtigen Teil des Satzes rausgelassen! Ne, die ist übelst logisch! Ha, ha, ha! Ah, ich bin erstmal... Ich muss mich erstmal wieder umgewöhnen, dass ich jetzt hier eben keinen Boost habe! Ich dachte grad so, ja, so ne Mauer, gar kein Thema! Da jumpst du drüber mit deinem Boost! Naja, scheiße war's! Und dann springe ich und kleb quasi am Boden fest, so gefühlt! Ich komm mal wieder mit zu euch rum! Ich hab mich offensichtlich in einen anderen Weg eingeschlagen, als ich das getan habe! Brauchst du Hilfe, Kevin? Ähm, das weiß ich noch nicht! Ne, braucht er nicht! Lebt schon wieder! Oh, das tut mir aber leid! Hättest du wohl gern! Ha, ha! Aber hier kommt aber eine Schar an Lodern und ich glaube übrigens gerade, dass ich noch die Toneinstellungen von gestern habe! Ja, hab ich! Das heißt? Alles für die Cuts? Ne, 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 ne! Das heißt nur, dass die Dialoge jetzt ein bisschen leise waren, aber so viele Dialoge gab's ja jetzt nicht! Nö, hast du jetzt geändert? Ich hab's schnell hochgestellt, ja! Weil ich finde, die Dialoge, äh, die plärmen mir immer so ins Ohr! Aber die sind im Video wesentlich leiser als auf dem Kopfhörer, deswegen muss ich die hier ein bisschen höher stellen! Aber wenn ich dann, äh, außerhalb vom Let's Play spiele, lasse ich sie dann natürlich auf einem für mich angenehmen Niveau! Das gibt alles Sinn, was du hier sagst! Naja, wenn du komplett zuhörst, schon, ja! Oh, ein Wahrloser! Der war mal! Ich komm, klar! Hast du Hilfe? Nö, nö, passt! Übelst lässig! Und die alten Granate reingerannt, ist natürlich auch nicht schön! Boah, Ludo! Wer glaubt dich? Ja, mach mal gucken, was mein Death Trap macht! Meine Waffen sind nicht so geil! Ich komm da nicht so richtig ran! Habt ihr Kinn-Sniper irgendwie? Sei doch die Sniper-Sniper! Ich hab'n Sniper, aber das ist nicht sehr effektiv! Aber so wie er grad hing, konnte ich auch mit meiner SMG ganz gut hoch! Und mein Death Trap ist auch grad da! Der alte Buddy! Das wäre ein Fehler! Kevin? Ja? Need help? Immer! Machst du mal zu, oder? Jojo! Wenn der mir nicht ge- ein Kill-Steel-Tel ist, hätt' ich eh keine Hilfe gebraucht! Na, ist doch kein Problem, ist noch da! Ich wollte dich nur decken! Das Teamwork ist maximal heute, Kevin! Maxi- Maximal! Ja! Das ist ne schöne Aussage! Ja, ne? Teamwork ist heute maximal! Ja! Ach, sei doch einfach mal der Schläger, Mensch! Bin ich die ganze Zeit! Ich schlag so sehr! Du! Dann mach hier mal die Bude auf! Ich mach's mal auf! Mach mal auf! Immer weg! Nö! Du prägst es hier raus, wenn ich es dir erzähle, oder Mobli? Klar! Ich bin doch dein Kumpel, Carsten! Also, wo ist die Kiste? In den Flaps! In einem Grab! Wann hauen wir hier ab? Carsten ist tot? Das überrascht mich nicht! Ich hab von diesem Mobli gehört! Kleiner Gauner! Gefährlich! Pass auf dich auf! Dangerous! Oh, dangerous! Da hat er mit uns noch nicht Bekanntschaft gemacht, würd ich mal sagen! Ja! Dei! Gleich mal richtig aufs Maul! Diese blöde Drohne! Kannst du nicht mehr phasen, bitte? Kann ich machen! Ich kann jetzt auch nicht meine Drohne los schicken! Das ist echt doof! Nee, du kannst nur langweiligerweise deine zwei Waffen nehmen! Ja, aber daran habe ich mich nicht zu gewöhnen! Ja, das stimmt! Das geht mir in Borderlands 2 immer so, wenn ich Sirene spiele! Man gewöhnt sich unheimlich schnell an den Facelock! Ich weiß nicht, wie ich das Kevin bestätigen kann, aber mir geht's so! Ähm... Allerdings habe ich bei Borderlands 2 auch überdurchschnittlich viel Sirene gespielt! Vielleicht liegt's auch daran! Ja, kann auch daran liegen! Ja, aber ich finde gerade, wenn ich dann wieder Pre-Sequel spiele und den Facelock nicht mehr habe, Passiert schon manchmal, dass ich auf den, äh, auf den Gegner ziele, F drücke, und dann plötzlich passiert was ganz, äh, komisches! Crap-Trap mäßiges halt! Wo kommen die denn jetzt nachher? Der Facelock ist aber auch irgendwie so über... äh, mächtig! Was heißt übermächtig? Du kannst halt immer nur einen Gegner, äh, ins Visier nehmen! Aber der macht dann am Ende auch richtig viel Damage noch, der Facelock! Ich finde den, den Action-Skill, der ist echt irgendwie richtig geil! Hm, stimmt! Auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn du ne Slack hast und ne normale, dann ist dein Facelock auch ziemlich OP! Und für meinen, für meinen brauchen wir halt nicht viel Skill! Äh, ja! Natürlich! Also für meinen brauchst du halt nicht viel Skill! Du schickst das Ding halt los und ist trischt drauf los! Ja, sorry, tut mir leid, tut mir leid, kann losgehen! Oh, Mats! Kann losgehen! Es ist einmal von 100, äh, Übergängen, was ich blocke! Ja, aber gerade da ist es was Besonderes! Wieso ist das jetzt was Besonderes? Ja, eben, weil du sonst nie blockst! Ach so! Und deswegen ist es jetzt was... Oh, Spoiler! Ist es jetzt gut bes... Hä?! Was hat das mit Spoiler zu tun?! Wenn du selber nicht weißt, was du reden sollst, dann ist es manchmal gut, einfach gar nichts zu sagen! Ne! Finde ich nicht! Doch! Wir lassen uns zusammenfahren! Wir finden das alle so! Unser Teamwork war bei 100, Robert! Jetzt ist es bloß noch bei 78! Wer errechnet das? Das errechne ich! Wo kann ich denn... Wo kann ich denn... Ah! Unser Teamwork war bei 100! Das errechne ich! Also wird es geschätzt! Ne, das wird akribisch berechnet! Es gibt da einen Algorithmus, den ich nachfolge! Aber den kann ich dir nicht erklären, weil du nicht verstehen würdest! Ne, ist klar, ist klar! Verstehe ich! Hallo, wer hier auch immer ist! Ach Matze! Ich bin immer der im grünen Auto hier! Ist mittlerweile meine Lieblingslackierung! Außerdem ist hier heute St. Patrick's Day, deswegen brauchen wir das grüne Auto! Da haste recht! Der Badde! Der olle Betty! Wo fährst du eigentlich hin, wenn ich mal kurz fragen darf? Ähm, wir müssten das Versteck finden! Und da ich Borderlands schon das ein oder andere Mal gespielt habe, weiß ich wo es lang geht! Oder meine es noch im Kopf zu haben! Ich wollte trotzdem fragen wo du hinfährst! Wir müssen hier hinten rum! So, alle bitte aussteigen! Du bist jetzt auch für den Zuschauer! Ja, natürlich! Natürlich! Stimmt natürlich! So, wir warten mal noch auf Robert! Dann gibt es eine Weile gucke ich auf die Map und erkläre den Zuschauern warum ich hier lang bin! Denn hier ist eine Felswand! Hier ist Müll! Und hier geht's lang! Das war klasse auf der Erde! Ja, ne? Ich fühl mich auch, äh, ich fühl mich auch wie, äh, Dark Leerbär jetzt! Oh! Oh! Alter! Was zum Teufel! Ey! Aber gut eingeparkt ist gleich diesmal! Ja! Wahnsinn! Lecker Pass, Robert! Steht! Du bist doch klein! Du bist ja auch! Das ist interessant! Oh! 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 Ich zeig dir mal, wer das macht man. Ja, zeig's mir mal. Mhm, heiß. Hardcore-Mensch. Ich hab genug von dir. Das zählt nicht, aber gefaced. Warum zählt denn das nicht? Gefaced kann's jeder. Guck dir die Aufnahme nochmal an, dann wirst du sehen, dass ich 75% aller Kills gekriegt hab. Aber wir sind noch bloß bei 78% Team und so, da geht das doch gar nicht. Oh nee. Alter! Was ist denn heut mit dir los? Also du redest ja auch sonst scheiß, aber das ist ja heut extrem. Äh, bin ich ja extremer als sonst. Naja. Das ist nicht viel. Schon ne Hol-Nu-Level hier. Hol-Nu-Level! Oh nee, lass es doch. Alter, du Hol-Nu-Level hier also. Alter, ne da, schau her. Oh ne. Ich bin gerade, äh, versucht mich bei den Zuschauern zu entschuldigen. Ja, das- das Schlimme ist, dass wir ja eigentlich diese in die Blöde rumlabern. Und dass wir jetzt auch noch den Part machen müssen der vernünftigen Menschen, das ist irgendwie ... Das kann nicht gut sein. Das ist doch hammergeil. mir steht die rolle des vernunftbegabten nicht sagen wie es ist ja dass du das nicht verstehst war mir schon klar du bist schon ganz schön gemein manchmal naja muss ich jetzt wenn ich heute nicht zu kevin gemein sein darf muss ich es umschichten kevin ist mir voll vor die flinte gerannt da muss er damit leben dass es weh tut jetzt doch gerade noch so eine slack spur aber naja dann halt nicht ach so du bist ja der slack bär das war ein kleines mal wie gesagt genau vor die flinte gerannt als ich geschossen habe bootel ob man da auch hochfahren kann ich sag doch die rolle des menschen der vernünftiges sagt steht mir nicht du hast dieses hyperion hergeführt ihr banditen lasst eure waffen fallen und geht von dem versteckwerk los wir ziehen alle wenn die kirchenglocke zum dritten mal schlägt ein flotter dreier der anderen art gut zieht hat sie eine elektrowaffe matzer ne ich habe irgendjemand hat mich voll getroffen aber wenn wir wenn wir dich treffen nimmst kein schaden doch ein schild nicht auch nicht ach so ja in dem falle kann das natürlich sein stellst du dich auch neben ihm voll ins gesicht treffen das war das erste mal dass ich jemanden wiederbeleben konnte und ich bin so stolz dass ich sorge irgendwie immer hast du gesagt nee ich schaff's schon naja beim letzten mal war es wirklich einfach aber der war jetzt ein bisschen knackiger der gegner oh ne leere kiste aber immerhin ep da sind wir da ich hoffe du nutzt sie sinnvoller als ich ja habt ihr auch so ein artefakt bekommen jo ich muss mal gucken was ich aktuell drin habe aber naja maximale gesundheit plus 34% ist mir schon fast ein bisschen lieber im kampf erhaltene erfahrung plus 4,7 naja das ist halt nicht so viel also du levelst halt ein bisschen schneller aber 4% da musst du halt das ding eine ganze weile tragen um da wirklich den effekt rauszuziehen nö 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 so äh was wollen wir denn machen Clan Krieg gar nix äh gar nix genau wir wollen gar nix machen wir wollen hier rumstehen und den Sondergang genießen das ist jetzt unser Lifestyle in Borderlands damit füllen wir jetzt die nächsten 23 Folgen also bis dahin haut da rein ciao 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 ciao